Ich habe mich damals nicht gefahren mit jemandem von vorne zu fahren. Doch, das habe ich aber schon immer oft gemacht. Ich habe selbst die Fahrradrufung in der Grundschule verkackt. Was? Die konnte man nicht verkacken, Bro. Doch, konnte man. DTF? War mir nicht wie. Dann durfte er immer mit Fahrrad nicht zur Grundschule fahren. Erklär mir das mal. Bro, was? Was zum Fick? Das habe ich noch nie gehört, Junge. Danny will nur auf der Straße fahren, weil er Angst hat, dass die Polizei ihn anhält und er dann keinen Fahrradführerschein hat. Bro, hey Dicker, ich schwöre. Junge, wer hat denn diesen scheinen Fahrradführerschein nicht geschafft? Der war geschenkt, Junge. Ich hatte 10 Fehlerpunkte oder so. 10 Fehlerpunkte. Bro, da gab es legit 10 Aufgaben vielleicht. Das war doch nur so, steig aufs Fahrrad, fahr einmal, bieg rechts ab und das war es. Ja ne, dann musst du Händezeichen. Händezeichen, Digga. Noch Jutsus lernen, oder? Dicker, was für Händezeichen. Boah, Alter, der will doch ein Rennen, Junge. Boah, Alter.